Hallöchen zusammen hier bei Farquay 6 neue Runde. Mein eigenes Ziel liegt hier unten, aber hier unten gab es nur Ruhe. Wie ihr seht habe ich schon ein bisschen Randale gemacht. Wo ist denn der Feind? Dafür haben wir noch. Zu weit weg würde ich sagen. Okay. Dann wir ein bisschen viel hier. Oh, der hat schön weit gerutscht. Und da ist er dann hin. Das war auf jeden Fall schon mal das Wichtige. Ich brauche allerdings auch Metall, Freunde. Jetzt brauche ich einfach mal, dass hier auch was rumliegt. Benzin ist ja auch ganz nett, aber eigentlich will ich Metall. Wo ist denn eigentlich mein Kumpel? Amigo. Ja, baut weiter. Da ist doch ein bisschen Metall. Sehr schön. Und da auch. Oh, oh, oh. Oh, Medizin. Oh, 15 Metall ist schon mal nicht schlecht. Na, da kann man höchstens drauf, habe ich gesehen. So, Otto habe ich unten an der Straße stehen lassen. Jetzt mal wieder ein Spindelerring gehören. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wird. Ah. Habe ich erst mal gar nicht gesehen. Wo ist dann mal der pender muss ich jetzt nicht gerade haben aber dann habe ich halt das gefährd hier kurz mit der Karte mal agieren oh, da ist ein gutes Stück das wird spannend und mitten durch das Gebiet, wenn ich das richtig gesehen habe so, ich habe jetzt keine Zeit kurz überlegt, ob ich Quirfett einfahre das wäre wahrscheinlich keine gute Idee gewesen so, drei Minuten sind auch relativ knapp um, zwei Minuten sind die Karte Da hat man aber jetzt richtig gemerkt beim Vorbeifahren den Seitenwind. Das war schon mal Kohle. Jetzt ist es nicht die gleiche Richtung wie beim letzten Mal. Okay, keine Zeit für euch Jungs. ich bin fest verdammt so gefunden habe ich sie schon mal ist der zeitdruck wenigstens erstmal weg so 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 Wo ist er denn? Wo ist er denn? ok das lief relativ gut Katzenbild habe ich schon lange keinmal gesehen mal schön alles absuchen macht denn da solche Geräusche bestimmt diese komischen Vögel cool finde ich ja dass man die füttern kann wenn man sie nicht erst verscheucht natürlich Voraussetzung ok da vorne gibt es ein bisschen Krawall anbieten wird sich dann auf jeden Fall mal noch hier der Kontrollpunkt der ist ja nicht so weit weg 600 Meter was sollte ich da fahren wer verkehrt mich denn da wieder ich habe es nicht so weit weggekommen ich habe es nicht so weit weggekommen okay das war so gar nicht so wie ich das mir eigentlich gesagt habe okay ich muss erstmal hier weg bzw. gleich bin ich erstmal tot wo kamen die denn auf einmal alle her ich dachte ich lege mich da nur mit einem mann so kann es gehen so wo starte ich nun das neue naja nicht so weit weg davon bleibt also bei diesem ziel weil diese kisten verdammte axt versuche ich mir die zu holen auf dem weg dahin könnte ja mal gucken hey denn der findet ein koholischer okay Okay, careful, Danny. Keep him moving. Hello, Zemmurita. Sehr gut. Ich will auch nur die Truhe, Jungs. Was soll es denn hier sein? Da oben auf dem Dach. Na, auf der anderen Seite. Ich sehe einen Sniper. So, die Truhe gesehen. Sehr schön. Auf der anderen Seite ist die andere. Ich komme, wo ich da am besten rauskomme. So, hier nicht. Ah, da. Okay. Okay. Das ist der Grund. Ich weiß, was er durch mich hat. Was ist das? Hm? Ich will mal sagen, ich soll die abwohnen. Ich will mal sagen, ich will mal sagen, ich will mal sagen. Okay, wo ist die verdammte Giste? So, das ist Kiste Nummer 2. Ein Gewehr. Kiste Nummer 3, die wollte ich auch noch. Was bist du denn? Der Konvoi. Das ist ganz schön viel Luftfeuer. Ja. Sehr schön. Was ist denn auch so viel los? Ich halte das Köpfchen mal unten. Ich halte das Köpfchen. Dass ich da jetzt 2 Schuss brauche, ist es aber nicht so nett. Okay. Gehe ich erst da hoch und schieße die von oben ab? Da 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 da. Da hab ich mir schon gedacht. Ich hole einen neuen. Ich halte das Köpfchen. Ich halte das Köpfchen. Ich halte das Köpfchen. Ich halte das Köpfchen. War mir eine Freude. So, Jungs, ihr seid frei. Ich laufe, wie ihr wollt. Dann mal noch zu meinem eigentlichen Ziel, wo ich eigentlich hinwollte. Auch wieder ein geiler Satz. Zu meinem eigenen Ziel, wo ich eigentlich hinwollte. Einfach zu wenig geschlafen. Das Gitter sind, macht mich jetzt schon wieder neugierig. Dann können wir einfach rumstehen machen, oder? Kannst du mir den Weg erklären? Danke. Karpfen-Angelgebiet. Also, Angeln ist ja nicht so, mein Ding. Boah. Oh ja, wo bist du, Mistvieh? Puh, das war schon cool gemacht. Niemals. Was machst du da oben? Nein, das ist mir nicht allgemein. Ein Alarm. Checkpoint. Und irgendeine Ahnung. Gut, du bist ja nicht. Also, ich mache mich mal hier. Das war's. Lass mich mal hier auch mal. Fahnden. Das war's. Das war's. Ich habe mich mal hier. Ich habe einen Kecil. Das war's. Dwach's war's. Vor allem würde ich dir gerne in den Kopf fiegen. Wie komme ich denn da um zu dir? Nicht jetzt? Hallo? Not nice, not nice. Das ist nicht so ganz sicher. Hier ist es so? Ja, ganz sicher. Ja, ganz sicher. Bevor da jetzt der Panzer noch einmal gemacht hätte Ok, mal schauen was hier noch so rum liegt Sehr schön Ah komm jetzt, kommt raus Ok, das Fenster geht nicht Hm, da draußen noch mal Fein Oder oben noch was Okay, Tabakfabrik Ich bin wieder was Neues entdeckt Mal schauen, wo soll die denn sein Da unten Ach, hier gibt es so viel zu machen Da ist aber noch eine Kiste, die will ich noch Metall Ne, sieht nicht so aus Hinter dem Haus ist aber noch was Ok Ach, da hätte ich doch glatt übersehen Flaschenpost Talisman Eine coole Sache Ok, da will ich hin Good to see you Danny Genau, zu der W auch Perfekt gelandet Bandita Ok Fortschrittliche Ausrüstung Die Rettung von Geisen Oder das Verunstellen Von Propagenda Plakern Überzeugt mehrere Kunden Alle verfügbaren Teambefehle Haben eine höhere Erfolgschance Fortschritt Fortschrittliche Unterstützung Durch Gorilla Scharfschütze In Yara Besser ausgebildete Gorilla Kämpfer In Yara Verbesserte Aufklärungs Ok Ja Ich nehme erstmal das hier Ich glaube für noch eine Sache habe ich nicht genug Metall Einfache Ausrüstung Verbesserte Erweiterte Ausrüstung Straßenchirurg Verarzten Häufiger Einsätzen Giftschutz Feuerschutz Das wäre eigentlich mal nicht schlecht an sich Chameleon Kriegsmedizin Tarnmaterial Bewegt sich leiser Adact-Tec Wo ich mir so ein extra habe ich noch gar nicht eingesetzt Aber das wäre bei dem Schleichversuch Oder wäre das gar nicht so schlecht Muss ich mir mal überlegen Ok Der läuft noch Für die Runde soll es das gewesen sein Ich bin noch nicht sicher was ich beim nächsten Mal mache Vielleicht starte ich mal die Quest Der Bereich hier ist ja relativ sauber Mal gucken wo es dann weiter geht Ich sage erstmal Danke und bis zum nächsten Mal Bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020